Haben Sie Probleme, Ihre Post zu lesen? Reicht Ihnen Ihre Leselupe nicht mehr aus? Optelec präsentiert Ihnen den Compact 5 HD. Der Compact 5 HD ist eine revolutionäre Weiterentwicklung im Bereich der elektronischen Handlupen und unterstützt Sie bei dem Lesen Ihrer Post oder dem Betrachten von Fotos. Der Compact 5 HD hilft Ihnen auch dabei, zum Beispiel kleine Schriften auf Verpackungen und Preise zu lesen oder auf Fahrplänen nachzuschauen, wann der Bus abfährt. Der Compact 5 HD verfügt über eine Autofokus-HD-Kamera, die jederzeit klare Bilder liefert und diese mit einem hohen Kontrast wiedergibt. Die zuschaltbare Beleuchtung sorgt für ein deutlich besser lesbares Bild ohne lästige Reflexionen. Der Compact 5 HD ist ganz einfach zu bedienen. Durch das aufstellbare Display nehmen Sie eine bequeme, ergonomische Leseposition ein. Darüber hinaus können Sie den Compact 5 HD mit wenigen Handgriffen vollständig an Ihre Wünsche anpassen. So können Sie beispielsweise die Displayfarben einstellen. Der Compact 5 HD unterscheidet sich von anderen Lupen und elektronischen Handlupen durch seinen großen Zoom-Bereich. Mit einer Vergrößerung von 1,5-fach bis 18-fach gibt der Compact 5 HD viermal mehr Text wieder und bietet eine größere Übersicht. Außerdem können Sie Ihre Fotos bis ins kleinste Detail betrachten. Der Compact 5 HD bietet Ihnen mehr als eine Lupe. Mit einem schärferen Bild, einem höheren Kontrast, einer einstellbaren Vergrößerung, einer größeren Übersicht und einem optimalen Lesekomfort bietet Ihnen der Compact 5 HD die optimale Lösung. Egal wo Sie sind. Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie unsere Internetseite www.optelec.de. Optelec – neue Freude am Leben.